Oh, jetzt wird es ernst. Es wird ernst. Jo, okay, sorry. Hallo Creator Teams. Hallo. Heute geht es um das Galaxy AI Race. Das heißt, in jeder Location habt ihr verschiedene Challenges, wo ihr mit den AI Features die nächste Location herausfindet. Und am Ende gewinnt das Team, was am schnellsten durch die Stadt gekommen ist. Hier sind eure verschiedenen Galaxy Devices. Das ist dein Koffer. Noch einmal sowas und es gibt eine Zeitstrafe. Das ist für euch. Entschuldigung. Alright. Es gibt auch Sidequests, die werden euch per Textmessage übertragen. Die müsst ihr direkt lösen. Falls ihr die nicht löst, gibt es eine Zeitstrafe. Und das Verliererteam, einmal bitte lächeln. Darf ich mich nicht angesprochen? Das ist crazy. Seid ihr bereit? Absolut, let's go. Okay, rein, 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 rein. Oh Gott, die tückeln, die tückeln. Nein, nein. Egal. Okay, wo geht's hin? Bonjour. Hallo. Bonjour. Oh nein. Oh mein Gott, hier. Hola, hola. Alter. Oh nein, sie spricht Spanisch. Sie spricht Spanisch. Direkt auf, Leute, wir brauchen den Dolmetscher. Hol das raus, hol das raus. Mit der EU? Yes, yes. Das ist mein schlimmster App. Ich hatte vier Jahre Spanisch in der Stunde und ich verstehe kein Wort von dieser Frau. Das ist das Schlimmste grad für mich. Jetzt müsste Französisch, okay. Französisch und Deutsch. Can you speak in here? Frag die, wo müssen wir hin? A donde van? A donde quieren ir? Okay, und zwar? Wohin gehen sie? Das wissen wir nicht. Okay, wohin gehen wir? Ja, das wissen wir nicht. Okay, wo soll ich euch hinbringen? Okay, ja, das ist eine gute Frage. Ja, so, wir haben hier ein Telefon, wir haben ein Podcast dran und ein Haargummi. Gibt's ein Miniaturmuseum oder so? Nein, ich glaube nicht. Wir sind, glaube ich, voll auf dem falschen Weg. Wirklich. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Lass mal den anderen gucken, was die machen. Sind die schon los? Nee, die sind auch noch nicht los. Okay, sehr gut. Circle to search. Okay. Komm, versuch dein Glück. Aber es gibt nur einen Ort in Berlin, der das hat. Ah, okay. Tucado Jewelry. Tucado. Tucado Jewelry. Tucado? Ja. Si, si, si. Wir sind auf jeden Fall schon mal früher los als die anderen. Oh, die sind schon weg. Oh mein Gott, doch, doch. Die sind grad losgefahren. Das heißt, wir müssen jetzt da hin und dann auf die nächsten Hinweise achten. Da ist der Laden, da ist der Laden. Ah, Tucado. Das ist ja, oh mein Gott. Okay. Hi. Alter, wie soll ich hier einen Hinweis finden? Wir haben das hier gefunden bei uns im Auto. Cool. Und jetzt brauchen wir einen kleinen Hinweis von euch, glaube ich. Let's go. Komm. Ich halt die Tür zu. Mix. Alphabet. Hier sind die Sterne, oder? Die machen die Tür nicht auf. Heiko, such mal weiter. Da, 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 da. Nimm das, nimm das mit. Text me. Bernd. Text me. Oh mein Gott. Mach ab, mach ab. Mach ab. Okay. Mach's gut. Alright. Ich hab das den anderen weggenommen. Was haben wir gefunden? Text me. Da ist die Nummer hinten. Hinten. Nicht aufklappen. Okay, fotografier die Nummer. Und schreib dem. Hallo. Hä, wieso fotografieren wir? Rufen an. Digga, ihr müsst euren Hinweis selber finden. Ich kann euch nicht helfen. Nein, ich kann euch nicht helfen. Nein, ich kann euch nicht helfen. Nein, ich kann euch gar nicht. Willst du mich verhören? Ja, ist das einfach. Na gut, ich quickshelte dir das Bild. So, ihr könnt ihn ja hier mal wieder haben. Hier, nimm das. Hier, nimm das. 22, 4, 3, 6, 9. Okay, Nachricht. Komm, wir schicken noch ein Foto von uns. Doppelkin, ja. Du hast geantwortet. Oh, und? Übersetzen. Japanisch wurde erkannt? Deutsch. Hallo, wir sind ja ein japanisches Restaurant für Tischreservierung. Rufen Sie bitte die folgende Nummer an. Oh mein Gott. Okay, dann rufen wir mal an. Okay, okay. Live-Übersetzung ist an. Japanisch? Perfekt. Es ist zu laut hier. Wir müssen rein, wir müssen rein. Wo ist Ihr Restaurant? Wir sind das Restaurant Wukan. Okan. Wir hätten gerne einen Tisch reserviert für drei Personen. Werden Sie in zehn Minuten hier sein? Ja, in zehn Minuten sind wir da. Ey, warte mal. Wir haben noch eine Zusatz-Challenge. Wir haben SMS bekommen. Oh. Entfernte Spiegelung mit dem Foto-Assistenten. Das geht mit der Foto-AI. Ja, so. Hier. Reflektion löschen. Wird erstellt. Ja, perfekt. Und weg sind wir. Ja. Das ist ein L-Punkt für uns, oder? Check. Auf jeden Fall. Let's go. Weiter zu Okan. Hola. Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Okay, haltet die Augen offen. Was wir sehen. Hallo. 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 Okay. Hey, meint ihr die anderen sind schon da? Das sieht ultra lecker aus. Was ist das jetzt? Nice. Nice. Voll geil. Ich finde das Rezept mit Hilfe des Transkriptions-Features und der Diktiergerät-App heraus. Können Sie uns sagen, was im Dessert drin ist? Können Sie uns sagen, was im Dessert drin ist? Und ein Sponge-Cake. Hat es das vielleicht mit dem Bild zu tun? Ich hab's. Ich hab's. Let's go, Alter. Weil die nicht dumm sind. Ah, hier. At R-A-W. Wisst ihr das? Wo das ist? Wir sind gut dabei, Leute. Auf zum R-A-W-Gelände. Juhu. Bis dann. Hast du den Kaffer? Okay, weiter geht's. Auf, 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 auf. Wir sind immer noch Erster. Alright. Was ist das hier? So, und jetzt? Willkommen auf dem R-A-W-Gelände in Berlin, dem Street Art Epitentum. Genießt die Kunst, nutzt die Gelegenheit, Content für eure Social-Media-Challenge zu fotografieren. Machen wir. Nutzt dazu die Fotoassistenten und die Objektradierer-Werkzeuge. Störende Menschen vor den Kunstwerken zu entfernen. Schickt mir eure Vorher-Nachher-Fotos, um zur nächsten Station zu gelangen. Passt auf, dann fotografieren wir da vorne. Ja. Weil das war nämlich auf dem anderen. Oh mein Gott. Let's go, okay. Leute. Geht mal weg hier. Wir fotografieren jetzt. Geht. Nein. Das ist gut. Lass die einfach rausschneiden dann. Ja, und jetzt weg. Bei dir. Bei dir weg. Und sie auch. Wir machen wieder folgendes. Wir gehen einfach hin. Nehmen diesen Mann hier hinten und dann machen wir den einfach weg. Oh, stark. Leute, guck mal. Ja, clean. Boah, das ist stark. Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Achtung, wir speichern das Kopie. Schicken ihm. Und damit können wir zur nächsten Challenge gehen. Let's go. Äh. Ey, wie krass. Das Gemälde sieht man trotzdem aus. Ich wollte es gerade sagen. Look at that, they broke the mouth. Wir haben Nachricht bekommen. Danke für die coolen Fotos auf eurem Galaxy Tab S9. ULTA. Befindet ihr einen Hinweis, seid die perfekte Location. Tab S9? Für das Finale des Galaxy AI Races. Ist das noch hier drin? Ja, Bro, da muss das ja im Koffer. Oh, Vorsicht, bitte. So, ihr Lieben, was haben wir hier noch drin? Gar nichts. Aber hier. Oh, das Tab S9. Guck mal alles durch. Galerie oder sowas. Guck mal, Galerie durch. Galerie? Galerie ist nichts. Das ist nichts. Da ist gar nichts. Notizen? Ja. Ja. Liebe Creator, seid ihr bereit für das große Finale des Galaxy AI Races? Alter, Leute, das ist viel zu viel. Lass zusammenfassen. Lass zusammenfassen. Lass zusammenfassen. Okay, 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 warte. Ich markiere alles. Wir wählen alles aus. Mhm. Zack. KI. Zusammenfassen. Zusammenfassen, genau. Das große Finale finden wir in Berlinstadt. Es gibt viele mögliche Orte. Der perfekte Ort ist ein typischer Berliner Club in der Ritterstraße 24. Okay, okay. Let's go. Okay. Wir fahren weiter, ihr Versager, denn wir haben es schon. Jetzt liegt euer Auto. Die besten Damen. Ah, dann nehmen wir das andere Auto. Wir nehmen das andere. Die Versager. Abseits der bekannten Pfade liegt ein typischer Berliner Club in der Ritterstraße 24, Leute. Ja, perfekt, okay. Die nächste Location wissen wir, die Zeit ist gestoppt. Okay, wir haben noch einen Sidequest. Okay. Mach ein Foto eines Skaters und nutze den Fotoassistenten, um es noch epischer zu machen. Eine Skater? Ja, hier. Ja, Skaterhalle, alles klar. Oh mein Gott, warte ganz kurz. Nein, er hat mir nochmal geschrieben. Sidequest. Mach ein Foto eines Skaters und nutze den Fotoassistenten, um es noch epischer zu machen. Dann müssen wir wieder rein. So, wir sind da. Oh, geil. Ey, ich war noch nie in der Skaterhalle. Entschuldigung, kannst du vielleicht hier die Treppe so runterfliegen? Warte, ich leg mich hin und dann fügen wir mich ein, so. So, wir brauchen einen Skater jetzt. Boah, guck mal da vorne, Digga. Boah. Okay, klicken, 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 klicken. Das ist stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Salto. Wow. Noch höher, noch höher. Ich mach ihn an die Decke. No joke. Alter. Wo bist du hier, ne? Ey, guck mal, das ist doch perfekt. Das ist so gut. Leute, wie geil ist das? Ich halte mich halt so offensichtlich an seiner Schulter. Ja. Und jetzt geht's zur nächsten Location. Let's go. Tür zu uns. Oh, go, go, go. Und let's go. Bis gleich. Los, Leute. Boah, go, go. Hey, gracias. Dankeschön. Boah, was? Alter. Alter. Die passt gar nicht in meinen Koffer. Ihr könnt die gerne nehmen. Willkommen zur Siegerehrung vom Galaxy AI Race. Das heißt, alle AI Challenges wurden von euch gemeistert. Yes. Starke Leistung. Ihr habt Location ausfindig gemacht. Ihr habt Japanisch gelernt. Eindrucksvolle Fotos gemacht. Und Informationen zusammengefasst. Also, ihr habt echt alles gegeben, würde ich sagen. Die letzte Frage lautet also, welches Team hat gewonnen? Welches Team nimmt den Galaxy AI Race Pokal mit nach Hause? So, wir haben eure Zeiten getrackt und zusammengefasst. Mit stolzen 21,50 Team 2. Ah. Und ein bisschen schneller. Ja. Starke. Ein bisschen schneller als die Weiß. Mit 19,22. Damit der Siegsteam. Team 1. Wow. So sehen Sieger aus. Getreu dem Motto, möge der Bessere gewinnen, haben wir das Ding her nach Hause geholt. Team Revi, Carscrafter und Mireille hat das Samsung Galaxy AI Race für sich entschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Auf dann. Ciao, ciao. Gännen, lännen, lännen look at that day broke the mold.